Sitzt ihr bequem? Dann werde ich anfangen. Wie Sie sehen, ist die Hausarbeit ziemlich vernachlässigt worden, seit die Diener vor fast einer Woche verschwunden sind. Sie meinen, Sie sind einfach fortgegangen? Haben sich in Luft aufgelöst. Vielleicht sollte ich Ihnen die Kinder vorstellen. Wie geht es euch, Kinder? Ich bin eure neue Kinderfrau. Werden Sie uns auch verlassen? Warum sollte ich euch verlassen? Das haben die anderen auch gesagt. Dann haben sie es doch gemacht und dann ist es passiert. Meine Kinder haben manchmal eigenartige Vorstellungen. Aber die dürfen sie nicht zu ernst nehmen. Kinder sind nun mal Kinder. Warum hast du nicht vorhin aufgezogen? Das war Victor. Du hast deinem Bruder erzählt, dass noch jemand im Zimmer wäre. So war es auch. Es reicht jetzt, Em. Mami! Was? Was ist denn? Ich habe sie auch gesehen. Ja, wirklich? Manchmal vermischen sich die Welt der Toten. Und die Welt der Lebenden. Früher oder später wird sie sie auch sehen. Dann wird alles anders sein. Da waren Stimmen. Ein Junge und zwei Frauen. Und sie haben miteinander geredet. Mami, siehst du? Das ist der Vater, hier ist die Mutter, das ist Victor, das ist die alte Frau. Was bedeuten die Zahlen daneben? Die Zahlen bedeuten, wie oft ich sie gesehen habe. Was wollen sie denn? Sie sind überall. Sie sagen, dieses Haus gehört Ihnen. Nein! Kinder! Komm her! Lauft schnell! Kannst du das nicht hören? Da draußen ist jemand. Früher oder später Werden sie sie finden. Wo ist meine Tochter? Bist du verrückt geworden? Ich bin doch deine Tochter. szyb Stefan! FS Schacht 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 Wasser